Über die Klaas-Webseite haben Sie die Möglichkeit, unseren Klaas-Konfigurator aufzurufen und eine Maschine ganz nach Ihren Wünschen zu konfigurieren. Herzlich willkommen im Klaas-Konfigurator. Wählen Sie eine Produktfamilie aus und filtern Sie die Produkte nach Ihren ganz persönlichen Wünschen. Vor der Auswahl eines bestimmten Modells haben Sie die Möglichkeit, sich über die Highlights einer jeden Baureihe zu informieren. Wählen Sie das zu konfigurierende Modell aus und entscheiden Sie sich für eine Modellvariante. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, erhalten Sie diese über den Info-Button. Mit einem Klick auf Konfigurieren können Sie mit der Erstellung Ihrer Klaas-Maschine beginnen. Sie haben die Wahl aus einer Vielzahl von Ausstattungspaketen und Optionen, die Ihnen die Konfiguration Ihrer Klaas-Maschine erleichtern. Oder aber Sie springen direkt zu den für Sie wichtigsten Ausstattungsmerkmalen. Wählen Sie hier die von Ihnen gewünschte Ausstattung aus. Die angewählte Option erscheint sofort in der Übersicht von Ihrer ganz persönlichen Klaas-Maschine. Wenn Sie mit Ihrer Konfiguration zufrieden sind, können Sie zum Schluss noch das von Ihnen gewünschte MaxiCare-Paket hinzufügen. Dieses beinhaltet einen Wartungsvertrag oder eine Verlängerung der Gewährleistung für Ihre gewählte Maschine. Hier geben Sie die Laufzeit der Gewährleistung, die voraussichtlichen Arbeitsstunden Ihrer Maschine pro Jahr und die von Ihnen gewünschte Selbstbeteiligung ein. Falls von Ihnen gewünscht, können Sie Ihrer Konfiguration noch spielend leicht ein Vorsatzgerät hinzufügen. Wählen Sie eine Schwinge aus, um sie Ihrer Konfiguration hinzuzufügen. Sollten dafür weitere Ausstattungen an Ihrer Maschine fehlen, öffnet sich automatisch ein Menü, das Ihnen alle Optionen zeigt, mit der das Vorsatzgerät dennoch angebaut werden kann. Zum Schluss können Sie die Konfiguration abschließen, indem Sie sie in Klaas Connect, Ihrer ganz persönlichen Klaas-Welt, speichern und weitere Angebote von Klaas nutzen, einen Code generieren, ein PDF-Dokument erstellen oder direkt ein Angebot bei einem unserer Vertragspartner anfordern. Vielen Dank für Ihre Konfiguration. Wir beraten Sie gerne. Vielen Dank.